moin moin liebe leute und herzlich willkommen zur nächsten folge düstere plausch richten wie fast immer mit dem guten alten lazy look schönen guten tag ja moin moin wie geht es wie steht tja ich bin etwas müder als sonst aber das erzähle ich auch öfter mal deswegen will ich da nicht ins detail gehen das ist der effekt länger geschlafen als sonst und schon geht irgendwas in mir auf die barrikaden ich bin ein rhythmus tier ganz offensichtlich also egal in welche richtung man das den rhythmus verändert da will dann meistens nicht mehr richtig mitmachen aber das ist nicht so schlimm denn was ein bisschen an müdigkeit da ist wird bei mir übertrumpft mit vorfreude auf das heutige thema ja wir haben ein relativ entspanntes ein sogenanntes bodenständiges thema mal ausgewählt oder ist das bodenständig das war jetzt nur ein scherz weil ich das mal immer so angekündigt hatte und immer noch auf der suche bin nach echt bodenständigen themen im wahrsten sinne des wortes hier ist es nicht bodenständig sondern eigentlich ist es hier mehr wasserständig ja und irgendwie wieder in dem bereich kryptit kann man auch sagen ja das stimmt wir haben wie ihr gelesen habt einen kleinen ausflug mal nach schweden gewagt und zwar möchten wir heute sprechen über das sogenannte stu das schön jüri sehr gut ja ich habe ja mal schwedisch gelernt und es ist stark eingerostet ich habe mich eben sehr angestrengtes halbwegs akkurat über die zunge zu bringen ich mache jetzt aber lieber eine kleine übersetzung damit wir dann in der folge es einfacher haben und sozusagen übersetzung verwenden können hier der erste teil stu das schön heißt großer see oder großsee und das ist einfach der name eines sees in schweden und zwar liegt er bei der stadt östersund die ist ungefähr auf einem breitengrad mit trondheim für die verortung also schon relativ weit im norden wir beide waren ja mal zusammen in stockholm das ist noch eine ganze ecke nach da oben ja ich habe gelesen sozusagen auch schon kurz vor lappland kurz vor der grenze zu norwegen sozusagen nord westlich dann so ein bisschen ja und eine sehr sehr geringe einwohner dichte wie das für schweden ja üblich ist gerade wenn man weiter norden geht drei einwohner pro quadratkilometer das ist im jämtland für alle die sich da vielleicht auskennen ich meine es machen ja viele deutsche gerne urlaub in schweden verständlicherweise also vielleicht ist das ja für den einen oder die andere sogar ein urlaubs anguckt tipp der see ist jetzt unabhängig davon was wir jetzt hier noch gleich erzählen werden sicherlich auch so einfach eine reise wert der hat 456 quadratkilometer kleiner vergleich das land bremen hat 420 ungefähr und der ist nicht gerade flach wassergebiet der hat wie bis zu 80 74 80 meter um den dreh ist der fünf größte see in schweden also ein ganz schöner kawenzmann es geht weiter mit u judith das ist einfach das und hier also der name dieses wesens über das wir heute sprechen möchten ist das und hier aus dem großen see und jetzt können wir vielleicht einfach von dem und hier reden und dann dann haben wir uns die zungenbrecher modus erspart sozusagen sehr gut aber ich hoffe ihr werdet das zu hause auch alle noch mal testen ob eure skandinavistische aussprache da mitkommt mit herrn meister es ich versuche es noch einmal dann dann habe ich es auch hinter mir so ungefähr fast waren nur zwei kleinigkeiten drin aber das ist auch nicht meine expertise man muss dazu sagen auch mein schwedisch ist natürlich nicht akzentfrei ist halt einfach so wenn man eine fremde sprache hat dann hat man immer ein bisschen dieses problem da wegzukommen vom akzent ist schon schwierig und eigentlich nur meiner erfahrung nach auf zwei möglichkeiten überhaupt möglich entweder man ist wirklich sehr lange dort im land spricht die sprache oder man beschäftigt sich mit der phonologie sozusagen und guckt sich genau für die laute um die es geht an wie zahn zungen stellungen und so weiter aussehen müssen und kann sich dann die einzelnen ähm laute schon sehr original antrainieren wenn man da wirklich die entsprechende unterstützung hat ich kannte mal ein schweden oder was ist kannte im weiteren sinne kannte ein schweden der genau aus diesem fachgebiet kam und tatsächlich sich das deutsche also für meine ohren unhörbar also komplett akzentfrei auf diese weise angeeignet hat das war sehr beeindruckend aber da habe ich natürlich nicht die ja geduld und zeit und so weiter investiert was das schwedische angeht und dass ich das überhaupt aktiv benutzt habe ist inzwischen auch schon zehn jahre her von daher also ich will jetzt nicht so lange rede kurzer sinn ich will jetzt nicht so tun als sei meine aussprache gerade eben sehr gut gewesen das war sie sicherlich nicht aber halbwegs würde der schwede das doch verstehen und dich hätte er glaube ich auch verstanden von daher ist alles gut also haben wir den schwierigen paar hier abgeschlossen und können uns jetzt ganz dem dem wesen dem untier widmen ja ich weiß nicht ob wir vielleicht noch mal kurz auf die folge zum thema nessi hinweisen sollen denn das ist natürlich immer der vergleichspunkt man ist dann oft das der schwedische nessi und so weiter und so fort oder eine der dümmsten überschriften ich gesehen habe war auf welt das schwedische wie war das das schwedische monster von lochnäs ja das journalistische sorgfalt also wir haben es hier zu tun mit der vorstellung von einem und tier ungeheuer was in einem see lebt tatsächlich wie man es natürlich dann wahrscheinlich weiter verbreitet mit lochnäs assoziiert was es aber natürlich auch in anderen weltgegenden noch gibt wir haben glaube ich zum teil schon mal über die usa gesprochen kanada und aber eben jetzt wollen wir mal nicht so weit weg sondern ein bisschen näher vor die eigene haustür eben unter anderem auch schweden und übrigens auch norwegen da können wir vielleicht irgendwann auch noch mal zu kommen aber heute erstmal schweden das ganze ist zumindest schriftlich frühestens verankert im frühen 17 jahrhundert da hat es gibt es einen text in dem ja so eine kleine entstehungs legende für dieses wesen angesprochen wird ich weiß nicht ob du da rein gelesen hast ja zumindest bin ich auch über den vk gestolpert der das ganze irgendwie schriftlich einmal so zusammengefasst haben soll und da sind die bezüge da habe ich jetzt wirklich auch auf deine expertise gehofft zur zur runen schon die auftauchen und das war so typisch nordische mythologie trolle und dann habe ich einfach ja immer weiter geguckt bei kettil jamte bin ich dann ausgestiegen der sagte mir nichts aber der soll eine auch entscheidende rolle gespielt haben in dieser ersten erwähnung ja also die legende besagt dass zwei trolle und da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein troll da haben wir natürlich heute eine recht klare vorstellung von vielleicht auch so ein bisschen durch herr der ringe und dergleichen geprägt troll kann aber ursprünglich viel bedeuten eigentlich müsste man sagen so ganz vorsichtig magisches wesen im weitesten sinnen toll kann auch ein zauberer sein ursprünglich im ursprünglichen sprachgebrauch hier kann man sich denke ich toll übersetzen wahrscheinlich einfach mit nicht menschlichem geist wesen oder man bleibt einfach bei oder vielleicht gnomen vielleicht könnte der deutsche mit gnomen viel anfangen wir haben ja beide mit troll oft so eine verbindung das ist so große starke ja eher fast riesenartige wesen sind das muss aber eigentlich gar nicht sein also toll kann auch ein wildnisgeist sozusagen sein da muss diese körperliche komponente gar nicht so mit schwingen unbedingt ich habe jetzt keine näheren informationen wie man sich diese zwei trolle hier im einzelnen wort zu stellen hat aber so wie das ganze geschildert wird gehe ich davon aus dass man wahrscheinlich vom vom deutschen sprachgebrauch am ehesten sowas wie gnomen oder so als passend definieren könnte die sollen an diesem see zusammen in ihren zauberkesseln sozusagen gerührt haben und eines tages haben sie dann eben eine ein seemonster eine seeschlange ist ja auch oft eigentlich der gebräuchliche ausdruck in diesem fall jedenfalls aber bei see ungeheuren überhaupt soll aus dieser zaubertätigkeit sozusagen hervorgegangen sein und dann quasi die menschen da am see bedrängt haben bis dann eben jemand gekommen ist um sich der sache anzunehmen und dass das soll eben dieser kette rünske gewesen sein das ist übrigens ja eine figur die aus olaus magnus historiade gentibus septentrionalibus stammt das ist olaus magnus war ein bischof in upsala im 16 jahrhundert und er hat eben historiade gentibus septentrionalibus geschrieben geschichte der völker da kommt man wahrscheinlich mit latein noch gut hinterher und dann septentrionalibus bezieht sich auf den norden das ist da ist die sieben drin das sind also die pleiaden die da angesprochen werden die eben im norden verortet sind und so übersetzt man dieses weg normalerweise mit geschichte der völker des nordens oder ähnlich der hat übrigens auch laus magnus diese berühmte karta marina gemacht gemalt gezeichnet haben wir dann nicht sogar auch schon mal drüber gesprochen es kann sein dass wir die schon mal gedroppt haben ja das ist so die erste richtige bekannte karte der nördlichen gefilde von europa und eigentlich glaube ich wenn man olaus magnus sagt es ist am ehesten ist sein name sogar noch im allgemeinen bewusstsein sage ich mal mit der karta marina verknüpft vielleicht stärker als mit dem dazugehörigen anderen werk dessen langen lateinischen name ich jetzt nicht noch mal ausspreche und dieser kettle runs gesoll also laut olaus magnus dann da einen runen stein erschaffen haben mit dem er sozusagen die das monster gebannt hat und es gibt dann auch verschiedene vorstellungen davon dass das wieder auftauchen könnte sozusagen oder wieder freigesetzt werden könnte wenn der wenn der stein kaputt geht oder wenn er entziffert wird und all solche verschiedenen abwandlungen von so ja ich sag mal volksmagischen vorstellungen dass da irgendein zusammenhang besteht eben zwischen diesem stein und diesem monster noch mal ganz ganz kurz zurück zu den trollen also das ist schon man muss das so zusammenfassen als ende ja eine negative figur wenn man so will also die will schaden verursachen ist keine neutrale figur der toll in der mythologie sie haben das sozusagen mit absicht geschaffen dieses wesen im kessel zusammengefrickelt und dann in den see entlassen mit mit dem ziel sozusagen zu schaden im weitesten sinne das kann man schon sagen oder würdest du würde es das nicht so das kann man in diesem fall so sagen ich bin mir jetzt nicht sicher ob troll also in unserem jetzigen fall sicherlich das scheinen böse trolle sozusagen gewesen sein oder nicht sehr wohl gesondene ich bin mir gerade nicht ganz sicher ob das immer so gelten muss also ob die bezeichnung troll eigentlich immer negative einstellung gegenüber den menschen sage ich mal mit sich bringt aber da die frage war jetzt nicht vorbereitet da müsste ich noch mal schauen mir fällt jetzt kein beispiel ein wo es positive trolle gibt aber ich meine das gibt es irgendwie auch bin jetzt nicht ganz sicher aber auf jeden fall in der tendenz ist troll eigentlich schon was negatives troll dom ist auch zauberwerk hexenwerk auch negativ konnotiert also ich behaupte jetzt mal in den meisten fällen ist dann der troll wahrscheinlich also zumindest in christlichen zeiten schon eher negativ konnotiert gewesen das passt ja auch zur entsprechenden ideologie sage ich mal wie das in vor christlicher zeit aussah ob es da auch gute trolle gab müsste ich nachschauen weiß ich jetzt nicht aus dem kopf kann ich mir aber gut vorstellen na ja es passt ja zumindest zu der würde ich sagen zu der heutigen geläufigen konnotation das ist auch eher negativ ich weiß nicht ob die damals schon das abwertend auch umgangssprachlich benutzt haben für irgendwie mit menschen die sie nicht mochten und oder irgendwie körperlich unattraktive leute die sie als troll bezeichnet haben dass es so weit geht oder wie dieser begriff sich im laufe der zeit verändert hat aber auf jeden fall ja denke ich kann man hier feststellen dass es ist ein negativ und dann mit der gegensätzlichen figur von dem geldt ihre runske oder kettil jammt da habe ich auch gefunden unterschiedliche namen der das dann sozusagen bändigt aber wie hat man sich das vorzustellen mit der rune also da ist noch mal der die schwedische aussprache gefordert frö systemen oder so heißt dieser runenstein der auch da steht ja der steht tatsächlich der name setzt sich sozusagen auch aus zwei teilen zusammen einmal ist es da diese insel flös also ist die insel deswegen heißt zum beispiel die fahrer ja auch fahrer ja das sind nämlich die schafinseln norwegisch und schwedisch sind ja sehr ähnlich auch heute noch und zu mittlerlichen zeiten waren sie noch ähnlicher der steht da tatsächlich also auf dieser flös und dann der rest ist einfach nur stenen also eigentlich ist der name im schwedischen einfach nur der frös insel stein ich weiß jetzt gar nicht was flös noch wäre aber es einfach nur der ortsname plus stein der existiert da tatsächlich ist wahrscheinlich im elften jahrhundert gebaut worden und da die inschrift die da drauf ist das ist was ganz typisches normalerweise hat man diese oder oft sind diese runen in schriften relativ mondän da wird dann der erbauer des steins sozusagen genannt oft im zusammenhang mit irgendeiner anderen tat in diesem fall zum beispiel dass hier eine brücke gebaut worden ist also mehr sowas wie ein gedenkstein auch in ganz normalen alltäglichen kontexten sage ich jetzt mal und oft steht da auch drauf wer die runen geschrieben hat wer den stein aufgestellt hat und so weiter und so fort und so ist es bei diesem stein auch da wird eigentlich nur eine brücke erwähnt und dass das jemtland christianisiert worden ist von einem netten menschen namens ostmarthel der sohn von gut phase das war jetzt mein versuch alt isländisch so ein bisschen zu reproduzieren das ist selbst für die skandinavisten dann immer noch der das absolute mehr tyrium ja das ist noch länger her und vor allem isländisch und auch alt isländisch ist auch grammatikalisch heute viel viel komplizierter als zum beispiel schwedisch also hat man viel mehr fälle viel mehr endungen deutlich komplizierter schwedisch ist ja so ungefähr auf einem niveau von der grammatikalischen komplexität sage ich jetzt mal mit englisch und isländisch ist tatsächlich geht er in die richtung von hochdeutsch also da wenn man wenn man ich hatte immer den eindruck wenn man alt isländisch lernt als deutsch da bekommt man so ein bisschen gefühl dafür wie das wahrscheinlich für zum beispiel einen nativen englisch sprecher vielleicht ist deutsch zu lernen kann ich mir vorstellen aber gut also lange rede kurzer sind dieser stein existiert da sind auch rohnen drauf da ist auch tatsächlich ein auf den ersten blick schlangenförmiges wesen drauf dazu muss man aber auch sagen dieser stil der damals vorherrschte tiere zu zeichnen neigte eh also zumindest meinem empfinden dazu dass die irgendwie alle so ein bisschen schlangenartig wurden vielleicht auch einfach leichter leichter zu zeichnen in so einer rune weiß nicht also es gibt zum teil auch bilder von pferden und so die dann auf den ersten blick auch schlangenartig aussehen also weiß jetzt nicht wie viel das hier mit zu bedeuten haben muss im zusammenhang mit unserer see schlange existiert aber er steht da und er steht da eben auch heute noch und er hat aber ein riss drin das sieht man auf den fotos auch das heißt er ist mal in zwei gebrochen und wurde irgendwie wieder richtig also wenn man jetzt dieser folglore glauben möchte dann könnte man sagen aha der stein ist beschädigt oder in zwei gebrochen und dementsprechend ist die das monster halt auch wieder freigesetzt ja und ja da könnte man dann sagen das scheint sich zu decken mit dem was man so beobachten konnte denn tatsächlich gibt es von diesem see diverse sichtungsberichte die eigentlich erst so ja am 19 jahrhundert anfangen wobei es auch frühere urkundliche erwähnung sozusagen urkundlich erwähnung aber ja hieb dass dann dass man auch feststellt okay frühe schriftliche erwähnung sind teilweise nicht nicht mehr erhalten aber auf die wird sich dann bezogen daher weiß man dass es da noch andere sagen wir mal vor 1857 habe ich 1857 als einen so wichtigen erwähnungs zeitpunkt herausgefiltert aber dass man da noch bezüge findet zum frühen 19 jahrhundert dass da auch erwähnung gegeben haben muss also das auf jeden fall und ich gehe davon aus wenn wir diese sage verschriftlicht haben im 1700 wird die wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter sein und ich schätze mal sichtungen wird es dann auch in der entsprechenden zeit gegeben haben und wahrscheinlich die ganze zeit immer mal wieder gegeben haben nur wurden sie dann halt nicht aufgeschrieben aber das 19 jahrhundert ist natürlich hier ein kleiner cut das gilt für viele bereiche die quellen sprudeln hier jetzt etwas zahlreicher als man es vorher gewöhnt war das ging natürlich auch schon im 1800 los aber im 19 jahrhundert gibt es da noch mal einen guten sprung auch was die allgemeine alphabetisierungsrate angeht zumindest in europa wo man dann vermehrt dinge findet und natürlich muss man auch dazu sagen im 1900 ist die staatlichkeit auch noch mal ein ganzes die entwicklung der staaten ein ganzes ganze ecke vorangeschritten in ihrer komplexität und organisationsgrad sage ich mal es werden überhaupt sowieso viel mehr dinge archiviert als das vorher der fall gewesen ist da spielen also ein paar äußere faktoren mit rein dass man für viele themen dann plötzlich im 1900 auf den ersten blick das gefühl haben kann oh jetzt geht ja was los weil es verstärkt in den quellen auftaucht das dann aber zum teil eher mit umständen zu erklären ist als damit dass irgendetwas vorher nicht da gewesen wäre oder so es wird dann einfach nur mehr aufgeschrieben und vor allem auch mehr aufbewahrt ich habe ein bisschen natürlich wieder recherche lust verspürt und habe mir ein schönes buch aus dem jahr 1899 besorgt von einem dr peter olsson der war östersund der der war da glaube ich lehrer wenn ich das richtig verstanden habe und der hat ein buch geschrieben zu in diesem jahr framstelling a facta og ütredning also vorstellungen der fakten und untersuchungen eben zu diesem tier man muss dazu sagen der gute man das geht wenn man das liest daraus hervor der geht einfach davon aus ganz klassisch flesh and bones sozusagen hier ist ein tier in diesem see das wir noch nicht kennen und wir tragen jetzt einfach alles an äußeren fakten was wir sozusagen haben zusammen und dann können wir da ein profil erstellen und dann eines tages fangen wahrscheinlich und dann benennen und so weiter und so fort also hier ist dann einfach die annahme ein unbekanntes tier ist vorhanden also er hat das zusammengetragen hat gesammelt was es an sichtungsberichten gab und nimmt dann auch bezug auf die es gab ja so eine art kampagne oder unternehmung die sogar vom könig oscar den zweiten 1894 sind also fünf jahre zuvor so unterstützt wurde gesponsert wurde wenn man so will nimmt darauf auch bezug ja das habe ich jetzt gerade nicht mehr im kopf aber das wird er sicherlich erwähnen es ist so dass tatsächlich anfang der 90er da vermehrtes interesse auftrat und dann man auch wirklich versucht hat das ganze mal systematisch zu fangen und eben wie du richtig sagst auch der könig da das ganze wie sagt man unterstützt hat verbal aber was ich interessant fand an unserem buch hier er bringt eine ganze menge von sichtungen die er sozusagen vorweg schiebt und beschreibt und da fällt einem dann auf da ist doch so einiges auch vor den 1890ern und auch vor 1857 das ist also mal wieder so ein wahrnehmungs ding und ich habe auch gesehen im deutschen wikipedia artikel steht es dann mal wieder falsch drin da wird dann glaube ich sogar geschrieben dass vor 1857 oder so ist da keine sichtung 1900 gab das stimmt einfach nicht wenn man dann hier sich die schwedischen originaltexte mal anschaut bringt ja doch eine ganze menge an fällen einfach mit die feuer gewesen sind die dann heute irgendwie so halb wahrscheinlich in vergessenheit geraten sind zumindest im mainstream bereich wo man sich dann wirklich mehr nur für diese hype zeit in den 1890ern interessiert wo man zugehen muss da war ja auch dieser dieses verstärkte interesse also insofern macht das auch sinn aber es ist eben nicht so dass es vorher vor 1857 was dann irgendwie warum auch immer zitiert wird nichts gegeben hätte das ist nicht korrekt in den 1820ern wurde das viech von einem bauern gesehen das war leider noch nicht so spektakulär erklärt in den 1830ern wurde es auch mehrfach gesehen und als boote von oder wie nennt man vor boote von unglücken gedeutet fand ich ganz interessant das hat man ja oft dass dieser zusammenhang mit so merkwürdigen wesen gezogen wird wir denken an den mottenmann und den kollaps der brücke der silverbridge auch es war nicht eindeutig da jahreszahl genannt aber so vom kontext her muss es auch in den 30ern gewesen sein da hat sogar ein maler das mal gemalt ich habe das bild natürlich leider nicht gefunden und zwar mit der unter der bezeichnung historische leviathan also auch noch ein neuer name den man so im auf der schnell recherche nicht findet dann habe ich noch eine interessante sichtung gefunden die auch in den 40 oder 30ern passiert ist wusste unser autor leider auch nicht so genau da hat ein bauer namens aaron anderson war in der nähe vom see am ackern auf seinem feld irgendwie und hat ein wesen in strandnähe gesehen und aufgrund der farbe des felds und der mähne hat er das für ein bestimmtes pferd eines nachbarn gehalten und wollte dann sozusagen hin und das pferd aus dem wasser holen und als er sich dann genähert hat ist das wesen sozusagen ab durch die mitte auf den see und verschwunden und da hat er dann gemerkt oh das war gar nicht das pferd von meinem nachbarn fand ich ganz lustig lustiges detail demnach hatte das eine weißliche mähne und rot braunes körperfell oder körperfarben weil das ist ja schon der der hauptunterschied der sich jetzt durch die ganzen beschreibungen zieht im vergleich zu nässi wenn wir jetzt immer wieder nässi auch so ein bisschen im hinterkopf behalten dass wir zwar diesen schlangen ähnlichen körper durchaus haben oft bis immer aber die kopfform sich deutlich unterscheidet also eigentlich hauptsächlich wurde immer ein katzen ähnlicher kopf genannt aber auch hunde ähnlich und jetzt haben wir das pferd also einen kopf mit mit ohren im gegensatz zu dem nässi der sozusagen ja dann auch in richtung plesiosaurus oder aal großer stör und so weiter geht also ohne diesen diesen säugetier ähnlichen kopf ja also diese beschreibung mit mähne und also von dem pferdekopf war jetzt nicht die rede aber zumindest von der mähne aber auch eine pferdekopf beschreibung wäre jetzt nicht so überraschend gewesen denn eigentlich ist das so zumindest nach meinem kenntnisstand die klassische die ganz ganz klassische mindestens frühneuzeitliche wenn ich sogar mittelalterliche vorstellung von seeschlangen die haben dann eben einen langen schlangenartigen körper und gerne pferde ähnliche köpfe mit auch mit mähne das ist was was wirklich immer wieder auftaucht und was ja auch einige leute dazu veranlasst hat als erklärung darin vielleicht oder als hintergrund für solche berichte diese riemen fische in betracht zu ziehen ich weiß nicht ob du dir davon mal einen angeguckt hast die können ziemlich lang werden zum teil das muss ich mal live erledigen schau dir das mal an also die können ziemlich lang werden und die haben tatsächlich am kopf so rötliche ich bin jetzt leider kein zeologe weiß nicht wie man es nennt aber ich sag mal so ein kopf kammartiges rötliches zeug was da aus dem kopf wächst was man dann vielleicht durchaus als mähne in gewisser weise interpretieren könnte also ich muss sagen und wir kommen da gleich noch zu anderen sachen weshalb ich jetzt nicht glaube dass wir hier von einem riemen fisch reden aber grundsätzlich seeschlange mit riemen fisch in verbindung zu bringen kann ich schon nachvollziehen warum man auf die idee kommt wenn man sich das tierchen anguckt also ich halte das nicht für die lösung des rätsels vieler vermeintlicher seeungeheuer oder seeschlangen aber dass das man dass man da parallelen zieht das kann ich schon nachvollziehen da ist schon vom äußeren dieses fisches das ist nicht ganz abwegig oder wie siehst du das ja ich habe mir das gerade noch mal aufgerufen und wird das so beschrieben als dass die rückenflosse sozusagen technisch ist das die rückenflosse die dann direkt am kopf beginnt und so kammartig aufgestellt ist wie du das beschrieben hast das sieht schon sehr skurril aus und kann ich mir vorstellen dass das so ja bei einer gewissen größe des tieres dann auch auf jeden fall ein ja verwirrender anblick ist der sich jetzt von den typischen fisch kopf natürlich dann unterscheidet ja und wie gesagt die werden bis zu acht meter oder so lang also ist auch denke ich mal wenn man sowas dann mal an der oberfläche zu sehen bekommen sollte sicherlich auch ein wahrscheinlich seltener und entsprechend überraschender anblick also kann man sich schon vorstellen dass vielleicht manche berichte von seeschlangen auch tatsächlich aufs vorst zurückgehen können oder zumindest so was sich da eingemischt hat soviel zum stichwort mähne tatsächlich ist aber pferdekopf hier jetzt nicht die beschreibung gewesen würde ja übrigens auch zu dem riemen fisch wieder nicht passen weil der hat ja mehr so eine kurze stubs nase sage ich jetzt mal oder so ein so ein sehr plattes gesicht so weit man das bei dem fisch sagen kann also da passt es dann irgendwie wieder nicht wir haben aber noch andere interessante sichtungen zum beispiel am 19 juli 1855 von einem paul anderson der war zu dem zeitpunkt parlamentsmitglied es muss man jetzt dazu natürlich sagen gerade in so texten aus dem 1900 wird besonders viel wert draufgelegt dann wenn man sowas zusammenträgt auch zu betonen dass die zeugen eben ehrwürdige leute sind indem man vertrauen schenken kann also in dieser zeit hätte da jetzt irgendein landarbeiter tagelöhner das gleiche behauptet wie der paul anderson was jetzt gleich kommt dann wäre das mit sicherheit nicht ansatzweise so ernst genommen worden so bis heute kennen wir diese tendenz aber das war damals sicherlich noch ausgeprägter als wir das heute kennen also da legt dann auch unser autor immer wert darauf das zu betonen er sieht auf jeden fall mit vier anderen personen ein etwa 25 fuß langes tier auf dem see das sich mit der geschwindigkeit eines schnell geruderten bootes weg bewegt warum habe ich das jetzt hier rausgesucht und aus den verschiedenen fällen weil mehrere personen beteiligt sind weil man was von der länge hört und von der geschwindigkeit wir haben aber noch mehr also 25 fuß ein fuß so knapp 30 cm entsprechend zehn fuß drei meter 20 fuß sechs meter 25 fuß ne entsprechend würde natürlich schon wieder zu unserem riemen fisch passen fällt mir gerade auf ja durch durch drei geteilt grob kann man ja auch so vorgehen wobei man sagen muss dass die riemen fische sind salzwasser fische und soweit ich weiß kommen die auch eher in wärmeren gefilden als es jetzt da oben auf auf halbem weg zum weihnachtsmann vor also wollte ich jetzt nicht ernsthaft als möglichkeit ins spiel bringen aber die länge fiel mir dann doch auf als ähnlich 1858 wird ein eric isaacson mit seinem boot auf dem see verfolgt von einem großen tier das aussah wie ein umgedrehtes boot seiner beschreibung nach also ja vielleicht dass das weckt jetzt bei mir nicht so diese schlangen assoziation muss man sagen umgedrehtes boot klingt für mich eher wie würde ich jetzt als erstes an den so halb untergetauchten wahl oder sowas denken also irgendwas was so einen dicken breiteren körperteil hat sage ich mal kommt natürlich darauf an welcher bootstyp gemeint ist welcher da hauptsächlich vorkommt ja das stimmt wird wird ja auch sozusagen die rückenpartie leicht buckelig oder ja eben noch mal in bezug auf die schlange noch mal ja mit mit stärkeren ausbuchtungen sozusagen beschrieben also wenn das jetzt eine längere floß artige boote sind die dann umgestülpt werden könnte man da auch schon wieder leichter vergleichen sie ja das stimmt da habe ich jetzt nicht so dran gedacht also in meinem kopf ist tatsächlich mehr so ein standard eher kurzes als langes ruderboot aufgeploppt aber das muss natürlich in der tat gar nicht so sein dass das so gemeint war also vielleicht auch hier wieder was schlängliches längliches ja und jetzt hätte ich hatte ich einen fall noch den ich rausgesucht habe weil er vielleicht besonders spektakulär ist oder auf jeden fall zumindest besonders viele auch zum teil noch mal neue details ans licht fördert die frage ist wollen wir den kurz machen oder hast du vorher noch wichtiges vorweg zu schieben nee das das können wir ruhig noch mit einbauen dann kommen wir dann danach auch so zu dieser neuzeitlichen betrachtung oder beziehungsweise wie denn die moderne wissenschaft versucht damit umzugehen aber das können wir schon noch mit reinnehmen okay hat sich abgespielt 1863 ein j fortpunkt weiß jetzt leider den korrekten namen nicht bromé ein reichstags mitglied hier wieder natürlich gleicher effekt das heißt im denken der zeit dem kann man dann auch glauben sieht mit einigen seiner hofmitarbeiter und familienmitglieder in am wasser bewegung das halten sie zunächst für badende kinder das ist also ein bisschen weg die haben da offensichtlich ein hof direkt am see oder am see und bemerken einfach bewegung im wasser merken dann aber das sind gar keine kinder sondern es ist ein tier das zum teil im wasser und am strand liegt und sich bewegt es war groß und hässlich das fand ich interessante beschreibung nicht nur groß sondern auch hässlich und jetzt kommt hatte mehrere kurze dicke füße leider also jetzt hätte ich natürlich gerne gewusst wie viele also bei mehrere denkt man natürlich vielleicht als erstes an vier aber habe da leider keine zahl mehrere kurze dicke füße und nun hat man sich überlegt dass man das verfolgen könnte es hat sich vom strand wieder weg bewegt und ist mit zwei boten und gewehren los um das ganze dem ganzen hinterher zu gehen das tier hat sich dann wie gesagt aufs offene wasser bewegt sie sind mit zehn mann hinterher und beschrieben dass was sie dann sahen man muss sagen sie waren zu langsam sie kamen dann erstmal nicht hinterher was sie sahen glich zehn oder zwölf glänzend schwarzen ankern die hintereinander einander gekettet waren durchs wasser gezogen sozusagen habe ich jetzt natürlich etwas holperig aus dem schwedischen übersetzt aber da sind wir wahrscheinlich wieder an dem punkt den du eben schon angesprochen hast diese typische seeschlangen vorstellung dass man eben mehrere teile des wesens so höcker aus dem wasserragen sieht und nicht unbedingt das ganze tier oder die verbindung dazwischen und dann natürlich davon ausgehen muss dass es sich so schlangen mäßig aufgewählt hat sage ich mal damit eben dieser anblick zustande kam oder kommt an der stelle möchte ich verweisen auf eine folge merkwürdig historische nachrichten da habe ich nämlich ich glaube aus den 1810er jahren einen bericht von vor der schottischen küste wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere glaube ich mal herausgesucht wo das auch ganz ähnlich beschrieben wurde also dieses klassische seeschlangen seeschlangen anblick eben mit verschiedenen höckern die aus dem wasser ragen ja leider war das tier schneller als die geruderten boote und ist dann nachdem es fast in der mitte des sees war auf nimmer wiedersehen abgetaucht der gute herr brome hat aber noch eine grössenschätzung uns mitgegeben die sozusagen mit dem vorwort dass das schwierig sei weil man das tier halt nie zur gänze sichtbar gesehen hat und das ist auch was was immer fast immer kommt oder ganz oft kommt bei so seeschlangen berichten oder seemonster berichten das sagen die zeugen ganz oft ja kann ich nicht so gut einschätzen weil ich habe es ja nie ganz gesehen aber das was er gesehen hat die sichtbare länge wurde auf zehn ellen angegeben schwedische ellen sind so 59 zentimeter ungefähr also sagen wir mal ungefähr sechs meter auch hier wieder einem ähnlichen bereich insgesamt das waren jetzt ja nur ausgewählte fälle die ich daraus gesucht habe in der gesamtheit der fälle hat man zwischen sechs und 14 metern als größenangaben also schon ungefähr was konsistent ist sage ich jetzt mal nicht der eine sagt sechs meter der andere sagt 60 sondern schon so ungefähr grob ein größenbereich interessanterweise als ersten eindruck und auch wieder im vergleich zu nesi würde ich behaupten dass das alles ein bisschen plausibler klingt man hat ja nicht so diese ganzen hoax geschichten mit drin und diese abstrusen versuche wo dann auch manchmal ja irgendwelchen gebastelten sachen da sozusagen reingeschoben wurden in lochnäs oder dass man da einmal gibt es ja diese zirkuselefanten die dadurch marschiert sind und dann sah der rüssel so aus es gab ja die verschiedensten verrückten theorien hier ist das doch alles sehr bodenständig wenn ich sagen das mal so bezeichnet habe und naja vielleicht auch ein bisschen kleineren maßstab letztendlich also in einem etwas realistischeren maßstab als wir das bei nesi gesehen haben von daher bin ich jetzt gespannt darauf wie sich das in der in der moderne dann entwickelt wenn wir jetzt andere geräte haben wie bei wie bei lochnäs dass wir das sozusagen einmal scannen können den bereich den den großen teich es gab auch noch vielleicht kurz noch bevor wir in die moderne gehen was ich noch ganz interessant fand fälle wo das viech sich quasi so 30 40 50 60 meter vom strand getummelt hat und mit steinen beworfen wurde in einem fall von zwei kindern zwei kinder waren da und eins hat mit einem stein geworfen nicht getroffen aber die aufmerksamkeit erregt und dann ist es sozusagen näher gekommen die kinder sind weggelaufen und dann ist es wiederum weggeschwommen also man hat hier auch so eine gewisse interaktionshaftigkeit sage ich mal und was auffällt wir haben vorhin über den pferdekopf gesprochen was tatsächlich viel öfter erwähnt wird ist ein hundeähnlicher kopf und so wie das hier in den schwedischen texten beschrieben wird also rein vom also auf sprachlicher ebene habe bei mir doch also bei mir das so irgendwie assoziation mit seehunden geweckt von der kopf beschreibung her ein sehr runder kopf große runde augen also aber halt groß muss man sozusagen groß also ich wollte jetzt nicht damit sagen dass das wahrscheinlich seehunde waren denn es wurde eindeutig als sehr groß beschrieben und insofern fällt das sicherlich weg hier unser unser olsen war sogar so pedantisch im positiven sinne zu notieren wie weit die augen auseinander waren der schätzung nach und solche sachen also ich würde das buch gerne empfehlen ich weiß jetzt werden wahrscheinlich viele damit nichts anfangen können weil es auf schwedisch ist aber für vielleicht diejenigen die doch aus irgendeinem grund schwedisch können lesen werde ich das mal irgendwie zur verfügung stellen dass man es nachlesen kann denn das war jetzt natürlich wirklich nur ein winziger ausschnitt aus aus diesem buch was ich hier jetzt präsentiert habe oder ist eingangs erwähnt dass es ein lehrer ist und wir sind ja jetzt schon in dem bereich wo er das so ein bisschen naturwissenschaftlicher angeht also er versucht das wirklich zu dokumentieren und wenn du sagst er ist da sehr 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 präzise sehr genau dass er ist ja sozusagen die die entscheidende schwelle wir haben vorher immer diese mythischen bezüge und dann treten wir in die moderne und sozusagen da ist der der clash man hat jetzt noch nicht umfänglich gerade für so weit entfernte regionen das wissen in den unter den dorf- oder stadtbewohnern was so die flora und fauna angeht also die haben nicht immer so alle tiere und alle bilder präsent haben noch nicht so auch wenn sie gesagt dass die alphabetisierungsrate hat sich verbessert noch nicht so das studiert und in büchern alles in lexika immer präsent aber sie sind auch nicht mehr so wie ihre vorfahren so ja sehr gebunden an an dieses ja system aus trollen und runen und so weiter also das ist der die interessante schwelle die man betritt also für jemanden wie olsen gilt das kann man das wahrscheinlich so sagen also sein buch macht es deutlich dass er auf dieser schiene unterwegs ist er will das quasi vermessen genau so genau wie möglich beschreiben die grenzen abstecken sozusagen welche spannbreiten gibt es da wie groß zwischen so und so meter und dies und das da gilt das garantiert schwierig aber diese aussage jetzt weiter zu fassen das müsste man sich wirklich im detail angucken ich kann mir vorstellen dass die ländliche vervölkerung gerade in so abgelegenen gegenden auch ende des 19 hunderts leicht doch noch sehr stark in traditionellen vorstellungen verhaftet sein kann ich habe mal ein interessantes buch ich glaube aus den dreißigern 1930ern gelesen über das zweite gesicht im niederdeutschen raum da hat sich jemand die mühe gemacht sozusagen die vorstellung vom zweiten gericht eben in gesicht also helserischen fähigkeiten im weitesten sinne die vorstellung davon im in anführungsstrichen volk in niederdeutschland zu untersuchen da sind wir jetzt also noch mal ein paar jahrzehnte später und da wird das zum beispiel für mich auch deutlich dass das nicht so einfach zu sagen ist und jetzt könnte man ja sogar noch argumentieren naja niederdeutschland weil nun doch sogar auch noch um einiges zentraler als nordschweden also weiß ich nicht also mitte des 1900s würde ich tatsächlich fast eher damit rechnen dass so die normale landbevölkerung da in nordschweden doch noch sehr traditionell an die solche sachen herangehen könnte aber auch das jetzt nur eine begründete vermutung sage ich mal meinerseits wäre sicherlich was was man konkret untersuchen müsste um da wirklich was zu sagen zu können ich wollte nur damit andeuten dass es sich so so langsam ausschleicht und dass wir so folkloristische elemente dann halt nur noch ja in den weiter nicht so urbanen regionen weiter entfernten regionen haben was ich immer gefunden habe ist dass es ja jetzt werden bei den trollen gesagt eindeutig eher negativ konnotiert aber bei dem wesen an sich dass es in der folklore auch als eine art wächter der landschaft gesehen wurde und man sich mit dem ganzen dann auch gut stellen sollte das hat ja auch wieder so ein naturräumlichen aspekt so man sagt im gegensatz zum urbanen zur industrialisierten gesellschaft man möchte einfach auch im einklang mit der natur noch leben und ist dann vielleicht aus heutiger sicht sozusagen diese diese abergläubischen ja anflüge dass man sagt okay man muss sich mit einem wesen da auch gut stellen und man muss in der ganzen region ja sozusagen darauf achten wie man mit der natur umgeht dieser aspekt kommt ja auch noch so ein bisschen mit rein da kann ich nichts zu sagen das ist mir irgendwie nicht groß aufgefallen benannt rohr also er und dann das a mit dem kreis drum also das ist so der typ wächter der landschaft das habe ich noch gefunden dass diesem wesen auch attestiert wurde was man ja bei nessie nicht so hat nessie ist nie irgendwie zumindest habe ich das aus unserer folge auch so in erinnerung ja als eine art wächter dieser landschaft wahrgenommen worden und kann ich mich auch nicht daran erinnern man hatte ja diesen diesen neugierigen blick drauf und ja hier ist das dann auch die schweden nehmen so ein bisschen auch auf eine komische art so ein bisschen halb ernst nehmen sie das ja auch dann 1986 unter artenschutz gestellt haben und so ein bisschen damit auch so hin darauf hindeuten was was da noch mitschwingt an aspekten sehr als als sehr landschafts natur verbundenes volk es gibt übrigens auch kann ich kann es jetzt nicht benennen aber es gibt soweit ich weiß staaten oder provinzen provinzen heißt es ja in kanada wo zum beispiel bigfoot auch unter naturschutz steht und in den usa eventuell auch der ein oder andere start bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher aber diese idee dass man da jetzt einfach was was man noch gar nicht dessen man noch gar nicht habhaft geworden ist eigentlich dass man das erstmal provisorisch unter schutz stellt finde ich eigentlich ganz sympathisch ist allerdings in unserem fall hat das ja nur bis 2005 gehalten dann ja das aufgelöst danach vielleicht durch die unternehmung die man danach gestartet hat also wir haben uns ein video angeguckt aus dem jahr 2008 das sozusagen bildmaterial das erste mal zeigt wo man versucht hat dann auch mit zuerst hat man sozusagen eine wärme kamera oder mehr oder weniger herausgefunden dass da ein zellen material im weitesten sinne irgendwie vorhanden sein muss was wärme abgibt oder aufnimmt und dadurch hat man sich gedacht dann muss man doch mal genauer den see scannen und erforschen und dabei ist auch dieses video entstanden ja man hat einfach einige unter wasserkameras angebracht das ist auch gar nicht so ein unerheblicher aufwand finanzieller art gewesen muss auch dazu sagen jetzt in der modernen zeit ist das natürlich auch so ein bisschen tourismus ding also dieses tier wird dort auch entsprechend vermarktet es gibt da ein museum sozusagen zu und soweit ich das verstanden habe ist auch diese unterwassersuche mit den kameras im kontext dieses museums oder forschungszentrums in anführungsstrichen da entstanden und das ging halt 2008 so ein bisschen durch die presse dass das jetzt hier der videobeweis sei irgendwie ich werde das video natürlich verlinken vielleicht werden es auch viele schon kennen weiß ich nicht mich hat es jetzt nicht so sehr überzeugt man sieht da irgendwas längliches im trüben wasser herum wuseln sage ich mal ich hätte jetzt aber wenn ich das ohne kontext gezeigt bekommen hätte hätte ich das eher für ein stück alge oder sowas gehalten also auf jeden fall nicht unbedingt für was groß ist ich weiß nicht wie zähl ich glaube also ein einziger kommentare war irgendwie eine sehr große lange klopapier rolle die da so ja das bild schlettert so so weit hat man schwedisch glaube ich auch noch gereicht ich meine das war auch auf schwedisch der kommentar ja aber es hat sagt zumindest auch auch tier ähnlich aus also dafür war dann auch wieder die die bildqualität zu schlecht und um da jetzt wirklich was eindeutig auszumachen aber nach klopapier saß jetzt für mich auch nicht aus also es hatte schon was von einem ja von einem von einem aal oder vielleicht von diesem dieser art riemen fisch da könnte ich jetzt am ehesten noch ähnlichkeiten zu zu sehen also es war auf jeden fall recht dünn und lang würde ich jetzt sagen egal wie die absolute größe waren also von den verhältnissen her sage ich mal hat es mich jetzt wenn an ein tier dann am ehesten auch an eine schlange oder ein aal erinnert also für ein aal war mir dann der das was irgendwie vermeintlich nach einem kopf aussieht zu sehr abgehoben von in seiner dicke vom körper also das hätte dann für mich eher so den schlangen eindruck aber wie bei nessi auch der wels wird ja auch manchmal mit einem etwas dickeren kopf vielleicht auch nochmal erwähnt aber stimmt schlangen ähnlich da passt der kopf dann auch dazu ja naja und es gibt natürlich auch noch diverse andere filme fotos von irgendetwas da im wasser wie es halt immer so ist man kann es dann nie so richtig ausmachen ob das jetzt ein baumstamm nur ist der sich nur scheinbar bewegt durch die wellenbewegung oder ob da wirklich irgendwas ist ja wir kennen das ganze prozedere von nessi da also da werden natürlich jedes jahr wenn da leute an diesem see sind entsprechende sichtungen gemacht und das ist eins zu eins das gleiche wie hier drüben in schottland sage ich jetzt einfach mal gibt es immer eine menge oder was heißt eine menge gibt immer wieder sichtungen und zum teil auch spektakuläre wo man wenn sie denn so wie geschildert wirklich wahr sind nicht einfach nur davon ausgehen kann dass da jetzt jemand was verwechselt hat wie ein baumstamm oder so sondern wo tatsächlich ein tier irgendwie was gemacht haben muss was gemacht hat ich erinnere mich zum beispiel an einen fall da hat es sozusagen jemanden mehr oder weniger den äh fisch von der angel geholt sozusagen und solche geschichten das ist dann mit baumstamm verwechseln natürlich schon schwierig aber unterm strich nichts konkretes haben wir leider außer zeugen die irgendwas erleben was natürlich wieder so ein bisschen die idee weckt ob man es hier nicht womöglich ja ob das ganze nicht in den gleichen bereich fällt wie diverse andere mögliche merkwürdigkeiten wie zum beispiel auch mottenmann und co also wesen die vielleicht nehmen wir jetzt mal einfach an sie existieren gehen wir jetzt mal lehnen wir uns aus dem fenster aber wenn sie denn existieren vielleicht nicht einfach auf physischer ebene alleine existieren sondern womöglich noch andere dinge da eine rolle spielen und es mehr so ins in die in den in den zwischenbereich zwischen physis und geist in irgendeiner weise sozusagen beheimatet sind also du würdest es nicht ganz klassisch in den bereich kryptid einordnen oder da auf der skala da am weitesten eingeordnet sehen weil ich fand es deswegen hatte ich vorhin gesagt wieder botenständig ich fand es ja im vergleich zu nessi fand ich es als ja fand ich es als realistischer von den größenordnungen war das alles soweit im rahmen dass man dachte okay das kann gerade bei diesen großen sehen wir haben die größe erwähnt im vergleich noch mal 456 quadratkilometer zu zum beispiel 56 quadratkilometer nur das loch ness aber allerdings ein bisschen ein bisschen flacher also nessi hat ja sehr tiefe stellen aber so da kann denke ich mir auch was in der größenordnung sich die sich aufhalten von daher würde ich das auf der skala da so grob einordnen also ich habe natürlich beim lesen der alten fälle versucht darauf zu achten ob mir irgendwas auffällt was in diese richtung weisen würde vielleicht wir haben es schon mal oder wir haben es in der letzten folge glaube ich gerade erwähnt zum beispiel bigfoot sichtungen gehen dann oft mit ops die auch gesichtet werden einher und solche dinge also so sehr merkwürdige vorkommnisse die dann irgendwie im gleichen kontext aufzutauchen scheinen habe ich darauf geachtet wusste natürlich von vornherein dass da eine sehr geringe chance besteht dass ich sowas finde weil man das in dieser zeit gar nicht aufgenommen hätte sozusagen also die so einen so ein olsen der da sowas schreibt nehmen wir jetzt mal an er hätte da mit jemandem gesprochen der eben das erzählt hätte ja ich habe übrigens eine halbe stunde bevor ich das wie ich gesehen habe merkwürdige lichtkugeln herumfliegen sehen über dem see das hätte der mit sicherheit gar nicht mit das hätte er sich vielleicht gemerkt aber das hätte er mit sicherheit nicht in sein buch reingeschrieben weil das dann sofort in die kategorie naja aber glaube und so weiter gefallen wäre im denken der zeit insofern war ich nicht zu hoffnungsvoll so was solche hinweise zu finden und habe sie dann auch nicht gefunden kann also hier jetzt nichts vorweisen konkret um da zu sagen da sehe ich einen anhaltspunkt dafür eher in diese richtung zu denken ja ist eine schwierige frage also für mich ist immer so ein so großes tier in einem beschränkten raum wobei dieser see natürlich echt schon ziemlich groß ist wenn man jetzt wirklich möchte dass das einfach nur ein unentdecktes tier ist oder vielleicht ein tier von dem man vielleicht ist es gar nicht unentdeckt man weiß nur nicht dass es dort vorkommt oder solche geschichten solche vorstellung wenn es da über mindestens 200 jahre sage ich mal vorhanden ist dann muss es sich auch fortpflanzen dann muss es fressen wenn es sich fortpflanzen will dann muss es entsprechende anzahl davon geben damit das irgendwie funktioniert über längere zeit logischerweise also da in meinem kopf würde ich dann schon eher damit rechnen dass man so einer sache dann doch irgendwann mal habhaft geworden wäre oder mal eins tot an strand gespült wird oder irgendwie sowas aber letzten endes es ist tatsächlich ein großer see und ja wer weiß dass irgendwie mein bauchgefühl sagt dann immer da müsste man doch dann mal was konkretes gefunden haben wenn es ein echtes wesen wäre oder ein physisches wesen wäre ich weiß aber nicht wie sehr man da sein bauchgefühl wirklich vertrauen kann also du hast es erwähnt der see ist wirklich groß vielleicht kann da eine population von großen tieren tatsächlich leben über lange zeit und das ist so groß und übersichtlich dass man dann trotzdem nichts davon findet ich weiß es einfach nicht weiß nicht wie sehr ich da meiner gefühlten einschätzung sozusagen trauen kann na was wir im gegensatz zum lochnestern aber hier haben ist natürlich dass es maximal sozusagen in den im bereich ostsee in den botnischen meerbusen glaube ich so mündet also da ist da sind nicht so ja wie beim atlantik und dann auch geologisch mit dem ja mit den überbleibseln aus der eiszeit sind nicht so diese starken ja umwälzungen die da irgendwie aus größeren ozeanen vielleicht was hinter hinterlassen haben dabei von daher das würde dagegen sprechen aber weil du gesagt hast mit fortpflanzung und so weiter ja es ist ich habe letztens witzigerweise ein ein artikel gelesen dass in einem mehr oder weniger in einem in gefangenschaft weibliche haie da hat einer sozusagen ein exemplar unter zeugungsdruck eine mehr oder weniger jungfräuliche geburt produziert also es gibt nachgewiesen auch bei ja bei fischen sozusagen den den faktor wie man das vielleicht kennt bei sind das ist es bei schnecken wo es sozusagen auch je nach lust und laune umgemodelt werden kann also die können sozusagen sich selbst in dem sinne befruchten und dann exemplare produzieren also solche selbst solche geschichten wären ja denkbar für so ja vermeintliche besondere einzelnexemplare ja gut kann natürlich sein vielleicht klont es sich sozusagen selbst ja kann kann gut sein ich traue mich ja wirklich nicht hier irgendwie einen harten standpunkt einzunehmen einzunehmen weil man es einfach nicht einschätzen kann aber der see hat auf jeden fall keine verbindung zur ostsee das wollte ich noch mal also zuerst sie nicht zum zum meerbusen nee nee also zu gar nichts soweit ich das weiß der ist einfach nur der see der hat natürlich dann noch so oder kleine ausläufer und so aber das jetzt keine wasserverbindung soweit ich weiß die irgendwie da richtig an an die küste führt und ins meer führt oder hattest du das gelesen ja ich gucke gerade weil ich hatte eigentlich gelesen dass das durchflossen wird und dieser fluss dann vielleicht münd also dass sozusagen zumindest eine verbindung da ist aber das wäre natürlich interessant jetzt nicht ausschließen dass ich mich da täusche aber ja in dem botnischen meerbusen mündet der fluss namens indal salven der dadurch fließt also in der theorie nur um das erwähnen zu haben es gibt es sozusagen eine möglichkeit dass da irgendwie eine art verbindung entsteht zumindest eben zum botnischen meerbusen ja also als teil der ostsee aber gut ich wollte das nur erwähnen dass es eben ja an sich ja ja wie gesagt im gegensatz zum lochnest da man den atlantik drumherum und da sind sprechen wir von ganz anderen tiefen letztendlich auch und einer anderen geologischen entwicklung ja gut es gibt hier keinen film existenz hinweis oder keine keine besondere doku bei nessie gab es ja auch mehrere ja dokus die wir dazu empfohlen haben oder uns selber angeguckt haben doch oder hast du da noch was gefunden ich habe tatsächlich habe ich was das kann ich verlinken mir ist gerade der name entfallen entfallen da gibt es aber auf einem youtube kanal eine 45 minütige sendung schon zu kann ich werde ich verlinken okay ich wollte zumindest um noch mal eine eine empfehlung reinzubringen nicht aus der welt der literatur oder aus der welt der filme sondern jetzt mal im bereich pc oder computerspiele allgemein und zwar wollte ich weil es im weitesten sinne für mich auch hier unter kryptit viel mal das spiel disco elysium hineinbringen was empfohlen wurde von einem kumpel und zuhörer unseres podcasts und dabei handelt es sich um ein ein rollenspiel was ja sehr auf narrative elemente sich fokussiert sehr dialog lastig ist auch mit klassischerer grafik und das jetzt so vor ich glaube vor ein oder zwei jahren erschienen ist was sehr viele preise eingeheimst hat und wo auch ein kryptozoologe auftaucht und man auch auf teilweise innerhalb dieser geschichte auf der jagd nach einem kript sich befindet und also das wäre für unsere zuhörer vielleicht auch interessant wenn man da sozusagen diese bezüge hat es ein sehr sehr kreative interessante geschichte und hat auch so aufgebaut auf pen and paper origins sozusagen also vom stil her würde das vielleicht sogar einem meister ist dann mal gefallen der sonst nicht in der in der welt der pc spiele sein sein freizeit verbringt das wollte ich nur erwähnt haben interessant kenne ich natürlich zu zeigen dass das sowas der bereich kryptozoologe auch mal da auftaucht in sehr in sehr populär mainstream jo sehr schön weißt du was mir jetzt gerade auffällt wir haben jetzt überhaupt keine neuzeitlichen sichtungsfälle durchgekaut ich war irgendwie so fokussiert auf das 19 jahrhundert irgendwie entsprechend meiner art scheinbar dass ich da gar nicht mehr daran gedacht habe naja dafür haben wir den sprung der moderne und die videoaufnahmen na gut da könnt ihr also selber noch mal nachforschen was in der zwischenzeit quasi zwischen der umfänglichen sammlung von an olsen und dem jahr 2008 so passiert ist ja wir machen das mal so ich muss sagen jetzt bin ich unbefriedigt dass wieso ich da jetzt nicht daran gedacht habe ist mein rätsel ich sag mal ich werde mal da noch was mitbringen in zukunft denn ich kann mir vorstellen dass ich da ein bisschen also ich weiß dass es diverse richtungen gegeben hat die ganze zeit und ich denke mit ein bisschen fleiß werde ich da auch noch die ein oder andere schwedische zeitung raus kamen können vielleicht aus dem 20 jahrhundert oder sogar aus den letzten 20 jahren schauen wir mal da werde ich da werde ich glaube ich noch mal vielleicht machen wir noch mal ein see monster special und dann würde ich das da auch noch mal mitbringen da bin ich jetzt gerade von mir selber enttäuscht passiert ja irgendwie einfach einfach nicht mehr daran gedacht aber gut so ist es jetzt gewesen summa summarum wir haben hier eine recht interessante situation ich habe auch ein bisschen lust gekriegt diesen see mal zu besuchen aber ist natürlich weit weg schauen wir mal im zweifel zwei würde ich dann wahrscheinlich eher wenn sich die gelegenheit ergibt ins ähnlich weit eigentlich noch etwas dichter gelegene glaube ich hessdalen fahren nach norwegen aber wenn ihr mal euch in schweden herumtreibt da noch mal der hinweis falls ihr an diesem see seid ich weiß ja viele leute fahren nach schweden haltet bitte mal ausschau und wenn ihr was seht unbedingt fotos machen und uns schicken ja also hier bei dp bekommt ihr auch immer reise empfehlen reise tipps und dann möchten wir natürlich auch erfahrungsberichten erfahrungsberichte von den vorkommnissen vor ort ja das wäre super so dann vielleicht noch zum schluss eine kleinigkeit die ich am anfang vergessen habe ich habe möchte mich entschuldigen bei einem wo ich verwirrung gestiftet habe ich habe form einiger zeit mal kurz aus versehen einen live stream gestartet hintergrund ist dass ich eigentlich nur mal angucken wollte wie das so grundsätzlich da im youtube backend aussieht wenn man so etwas machen wollen würde und irgendwie habe ich dann aus versehen direkt gestartet und dann kann natürlich gleich leute die sich gefreut haben jetzt in den live stream rein zu hören und ja die konnte ich dann nur mit meiner verpeilung sage ich mal vertrösten dass das eigentlich hat nicht gedacht war dass das wirklich schon nach draußen geht aber wenn interesse da ist können wir gerne in zukunft mal das ins auge fassen mit live streams denn wie sich dann halt herausgestellt hat während dieser aktion ist es nicht so kompliziert wie vorher gedacht habe also wenn es einem schon aus versehen gelingt dann sollte es einem doch wenn man es dann wirklich will auch wieder gelingen von daher wenn ihr lust habt auf live streams gebt gerne da mal einen kleinen kommentar auch wie ihr euch das vorstellen würdet beziehungsweise was warum ihr darauf lust hättet denn also ich habe da absolut nichts gegen ich frage mich nur warum die leute das wollen sozusagen also jetzt in unserem speziellen fall also was wünscht ihr euch aus einem live stream heraus oder soll dann die sendung einfach so sein wie immer also ich meine das macht ja eigentlich keinen sinn da würde sich dann natürlich schon irgendwie dann auch interaktion anbieten aber ja wir sind halt noch am brainstormen was das angeht und insofern ist dann auch gerade noch zeit input zu geben wenn ihr da lust drauf habt und eine gute idee habt was und wie man das machen könnte immer gerne her damit vielleicht kommen wir einfach selber nicht drauf und ja kann auf jeden fall nicht schaden naja man könnte ja klassisch interaktive elemente zumindest soweit dann mit einbeziehen dass man sagt wir fragen das was wir uns gegenseitig immer fragen die einschätzung und so weiter erfahrung dass wir das auch sozusagen von den teilnehmer innen vom live chat dann mit einbeziehen oder vielleicht halten die uns dann auch nur einfach davon ab wenn wir mal wieder extrem abschweifen und irgendwie ja sozusagen als korrektiv benutzt vielleicht wünschen sich deswegen viele den live stream also was ich mir überlegt habe wo es vielleicht sinn machen könnte es ist gibt natürlich dann die möglichkeit die man sonst nicht hat dass die leute uns eben steuern können welchen bereich von dem thema man sich jetzt vielleicht gerade noch mal zuwendet das könnte ich mir vorstellen ansonsten macht es vielleicht am ersten sinn wenn man gäste da hätte damit man fragen durchstellen kann sozusagen ja aber so richtig bin ich noch nicht davon überzeugt wo das jetzt sozusagen den mehrwert schaffen würde aber da es halt angefragt wird scheint ja der wunsch da zu sein also scheint ja der gedanke da zu sein dass das auch einen mehrwert hat also von daher würde mich interessieren wenn es einfach nur darum geht dass ihr uns dann so ein bisschen steuern könnt also uns fragen stellen könnt was haltet denn von diesem aspekt worauf wir vielleicht sonst nie zur sprache gekommen wären bei dem thema wir können ja nicht über alles reden logischerweise wenn es das einfach ist sagt auch gerne bescheid ist auch gar kein problem aber vielleicht habt ihr auch noch irgendwie ja weitere vorstellungen auf die ich jetzt gerade gar nicht kommen oder auf die wir jetzt gerade gar nicht kommen würde mich einfach interessieren also falls ihr da zeitlust habt kurz einen kommentar zu geben vielen dank im voraus haut mal raus ansonsten ich vergesse es ja immer ich bin wahrscheinlich der schlechteste youtuber und content produzent der welt abonniert natürlich überall wo ihr könnt unseren kanal sei es bei youtube oder sonst wo spotify und so weiter und vor allem darauf bin ich jetzt hingewiesen worden schreibt auch gerne positive bewertungen sozusagen da wo es geht also es scheint bei itunes so zu sein dass da das eine sehr große rolle spielt ob positive reviews da sind von daher wenn ihr uns gut findet und zum beispiel itunes nutzt oder ich weiß nicht geht es bei spotify auch habe ich noch nicht gefunden vielleicht beschränkt es sich auf itunes ja dann geht uns doch mal fünf sterne und so alles alle kleinigkeiten helfen wir wollen halt ein bisschen ja vorankommen sozusagen ein bisschen nach dieser gemächlichen sommerpause und sommerstimmung ziehen wir jetzt ein bisschen wieder ja lösen wir die handbremsen und ziehen ein bisschen an es ist ja auch setzen uns selbst unter druck es ist ja auch so ein bisschen frustrierend also ich habe schon mehr als einmal oft den kommentar oder e mail bekommen mensch was ihr macht ist eigentlich so cool dass wieso habt ihr so wenig abonnenten follower was auch immer wo man ist dann auch immer wie man es dann nennt und ja wenn man das immer wieder zu hören bekommt dann denkt man natürlich auch okay da müssen wir jetzt mal was machen ja der erste schritt ist eben das ganze strukturierte anzugehen und jetzt sich die nächsten schritte zu überlegen dinge auszutesten und dann sehen wir mal wie sich das auswirkt und im vorausblick auf die nächste sendung da wird es wahrscheinlich zu einem zuschauerwunsch thema kommen was wir selber auch was ich manchmal auch deck mit unseren eigenen überlegungen wünschen und das wird wahrscheinlich dann der fall sein das nur so als teaser aber jetzt willst du noch nicht sagen was es sein wird oder okay gut dann behalten wir das noch im geheimen und ansonsten vielen dank fürs zuhören wie immer vielen dank für die vielen kommentare nachrichten und so weiter und so fort ist wirklich immer nett interessant und auch motivierend muss man auch dazu sagen also wenn man so eine nachricht bekommt steigert das den spaß und die vorfreude doch am ball zu bleiben auch einfach immer weiter von daher wirklich großen dank ansonsten wie immer sage ich reingehauen adios so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017